Willkommen zurück bei BORDERLINS auf diesem wunderschönen Geschmackfeindkanal. Nein, das war gelohnt. Ähm... War richtig. Zweimal gleich. Kannst du mal aufhören? Ich mach ja schon ein Dings dran. Ja, warte mal. Unten ist die, ganz unten links ist einer. Hey, nicht so schüchtern! Los, schnitt den Gefährten im Catch-up-Ride! Amt! Was denn? Geh raus aus meinem Wagen, das ist meiner! Nein! Garantiert nicht. Aber wo steht das? Was? Dass das deiner ist. Der ist schwarz, er rührt mir. Wow. Das klingt jetzt irgendwie falsch in den Kontext. Ja! Ja! Klingt's auch! Ich meine den Wagen, natürlich. Mhm. Natürlich mal zu den... Natürlich mal zu den Wagen. Wär ja auch schlimm, wenn du auf anderem meinen würdest. Obwohl, warte, hier sind wir falsch, oder? Ja, hier sind wir voll falsch. Muss man mal ein ganzes Stück durch... Mir werden immer mehrere Täter angezeigt. Ach, da unten der. Ja, ich weiß, dass sie mir angezeigt werden, weil irgendwie mein komischer... Ich weiß nicht, Sascha! Aber ich glaube, da kannst du auch nicht durchfahren. Ich kann alles. Hm. 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 Ich wird drei Mal ziemlich absolvieren. Ich mache mich überführen. Um und zu den Garten. Ich weiß nicht, dass ich mir nicht anfangen werde. Ich bin mir nicht wieder dabei. Oh ja, ich bin mir wieder dabei. Oh ja, ich bin der Moment. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Ja, oh ja. Ich bin zu, da unten. Oh ja, oh ja, oh ja. Die Waffe hat vielleicht einen Rückstoß, mein Gott, Alter. Was für einen Rückstoß? Fliegst du fünf Meter weg, oder was? Ja. Mhm. Bang, bang... Wir haben die besten Preise für Waffen! My baby shot me down. Bäm, bäm, bibili ding, da 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 da! Hey, da. wir gegen die scheiße wir sind ja ja du hast erkannt ich bin entsetzt ich auch ich finde das gut dass du das erkannt hast ich nicht nein da ist das gemetzelt im ziegelneuigkeit achten hier ist noch ein dingsteam ziegelneuigkeit alles für jäger also wenn ich da voll aus dem schneider das schneider ja hier ist nichts für die arena die will wieder arena überleben und die arena kenne ich gar nicht hab ich habe auch nur eine arena gemacht mir geht es gut hier ja mir hier oben glaub ich auch obwohl doch nicht das sind banditen los blotwig töte nein aber ich kann schießen also die mit der achse kann ich schießen ich hab ich in der patroon messer und jetzt und so geht es so raus ach ich soll rausgehen okay alter 4 das war so nicht gemeint futter munition kaufen noch mal was kannst du jetzt für munition habe ich schon aber ja wie es hier gibt die musik die musik noch muss ich gleich machen wenn wir das hier durch haben hier um zu stehen ist es was kommt jetzt was hältst du denn aus kollegen ein bisschen was ein bisschen genau nein nein ach hört doch auf du schaffst das schon das hört auf wenn du tot bist du schaffst das schon moment ich bin alt leck mich am arsch ja das ist das einzige womit ich dir echt mal zustimmen könnte dass mich am arsch lecken kannst ja nein dass du alt bist du bist auch alt oder du fressst oder wie du weißt bloodwains ich vermisse meinen roboter wenn ich eben bin oh mein gott im zweiten teil hast du als erinnern einen fucking roboter oh das hat mich gerade mal angeschrieben das war wirklich geil das gefällt dir nicht wahrscheinlich hm nicht dass ich großartig drauf achten würde aber hey ja mein mein dich hat doch vorhin auch die ganze zeit geräusche gemacht du bist ja auch beliebt im gegensatz zu mir bin ich beliebt im gegensatz zu mir beliebt im gegensatz zu mir beliebt wäre ich für zuschauer zumindest wäre das schön ich habe dir schon mal gesagt wenn ich irgendwann streamen habe ich einen zuschauer das wäre dann ich dann habe ich keinen zuschauer oh mein gott oh aua 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 nein aber es ist es eigentlich zu bedürfen du musst dich als mod machen JРИT JOU LE karma Aus dich identities wie grün Tau Eure Wie ist denn? JT denn Conan für mit und Bloodwing-Türte! Ach hör doch auf, ich hab's gesagt Bloodwing-Türte, nicht Fick-Türten! Wo ist denn der? Ja, in der ganze Zeit schießt! Wo ist denn du? Einer der Raketen-Erfall-problematisch! Ich seh' den nicht, wo ist er denn? Jetzt aber nicht der, der vorne ist, oder? So, und jetzt kommen noch mehr Leute! Oh mein Gott, ey! Was ist der mit dem Raketen-Erfall? Das ist so ein Fetter, der da hinten steht! Wo? Ich seh' den vielleicht! Guck mal auf die Karte, er ist ein roter Punkt! Ich seh' nur einen! Oh, ah! Nerviges Arsch die sich! So tot! Tja! Mal gucken, was geschrieben wurde! Guck mal auf die Karte! Guck mal auf die Karte! Hm! 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 Ach! Waren das noch Zeiten? Warte Zeiten! Als ich noch jung war und hübsch! Wie Zeiten gab es? Nein! Ich war schon immer hässlich! Ich hab' mich schon gewundert! Was? Wusstest du, dass kein Mensch dich mag? Black, du bist... Black, du bist wunderschön! Von innen! Zwar verfault, aber du bist wunderschön! Keine Sorge, ich stüppe dein inneres Opel nach außen! Nein! Was wir sind Black ist eine sehr charmante Szene! Äh, Szene! Ich bring dich bald um! Keine Sorge! Also in manchen Sachen vielleicht! Obst du aufhören auf mich zu schießt, du Arsch-Gesicht? Wir sind zu niedlich für die eindeutig! Ich seh' es! Wo ist denn das Ding, das ich gerade hatte? Haben wir das auch geklärt? Ich hab' mir jetzt den Raketenwerfer geklaut mit 500 Wumms! Mal gucken, ob's funktioniert! Kommst du raus? Nein, komm du rein! Na! Du kannst ja noch einmal versuchen! Die sind in Level 31 auch Badass! Wir sind ja ein bisschen geistig zurückgeblieben dafür! Ach quack, wir schaffen das! I believe in Ass! Und so! Können wir das schaffen! Halt da ein Maul! Genau, können wir das schaffen! Jo, wir schaffen das! Oh, der ging ja fein aber! Mach kein Damage! Was? Ach, jetzt schießt da auch noch einer in den Rücken! Von vorne! Von hinten! Von links! Von rechts! Von links! Von allen Seiten! So steh' ich drauf! Von hinten? Ja! Sind die alle Badass? Also, ihr steht eine ganze Zeit genau vorne und ich mach mir einfach gar kein Grafen! Das sind's so überhaupt nicht! Ne, das... Ok. Gehen wir erstmal die beiden Quests, glaube ich, ab. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, oder? Hättest du ja auf mich hören können. Aber nein, Madame hört ja nicht gerne auf mich. Warum soll ich auf dich hören? Das ist so wie, als wenn ich... Weil ich der Intelligentere von uns bin. New Haven? Wir haben aber noch eine andere Mission. Äh, wo denn? Feuerkraft, ein Mann in der Zwangslage. Wo siehst du das denn? Ruscommon's West. Ruscommon's. Heißt, das gemäßte letzte Runde arbeite bei Ruscommon's letzt. Da ist noch eine Mission. Echt? Ich hab die gar nicht. Ha, interessant. Aber hier links um der Ecke sind die beiden Dinger, die wir abgeben können. Die beiden Quests. So wendet sich das Blatt. Was für ein Blatt? Was heißt hier oben in der Ecke? Wo müssen wir denn hin? Siehst du das Fragezeichen? Warte, ich mach ne Markierung. Wie ist er da? Das reicht. Wir tauschen die Sitze. Geh weg. War selbst. Okay. Gib die eben ab. Ich komm wieder. Du weißt, dass es ein anderes Gebiet ist? Ist das ein anderes Kettig? Ne, oder? Ach doch. Nach, bla bla bla, nach, bla bla bla. Ja, dann machen wir erst. Oh, wer ist die Hauptstory? Geh doch kurz dahin, mach die, gib's dann ab. So für dich, ja. Anders ist wenigstens weg. Ich bleib hier raus, hier Arsch noch. Ja, gut, dann geb ich die Maim ab. Dann kriegen wir halt ein bisschen LP. Aber nicht jetzt. A, A, D, W. It's a Vapong. Du bist der Marsch der Welt. Das nenn ich Beute. Bloodwing, Töte. Ja, gib doch mal ab, dann können wir wieder zu mir. Ist dein Kind der Bisse bewaffnet? Kauf dir auch meine Bisse, ne Waffe. Ist aufgegeben, ne? Sehr gut. Achso, ich muss... Achso, ja gut, die Quest gemacht. Weil ich dann auch noch nachher kaufen, wenn wir da wieder hin müssen. Ähm. Mehr was kaufen? Nix, alles gut. Äh, müssen wir normaler um die Ecke? Ich muss niesen. Schön halt. Ja, danke. Ich weiß, dass ich schön bin. Das musst du mir nicht sagen. Nach Intelligenz wollte ich jetzt nicht bitten, da ist die Hoffnung schon zu kürzeln. Du bist ein Arschloch. Sei gegrüßt! Helena Pierce hat weitere Jobs für dich in UK. Ich weiß, dass da was Neues wär. Hallo! Am schwarzen Red in the middle of nowhere sind neue Missionen geschlagen. Wollen wir uns darüber unterhalten, warum du nicht einfach gleich dahin teleportiert bist? Ich will nicht nach New Haven. Mann, 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 wo hast du fahren gelernt? Ähm. Wir bringen uns fast um. Sehr schön. Ein Großmutter schule. Oh. Was ich jetzt noch einmal mache, ich mache noch einmal die Musik, Leute. Sei gegrüßt! Helena Pierce hat weitere Jobs für dich in New Haven! Ach, hier sind auch noch zwei Quests, die man annehmen kann. Oh mein Gott! Kannst du direkt hier anhalten, ne? Mach ich auch. Also jetzt hier. Mach ich auch. Kannst du es holen. Du musst halt es holen und gucken, ob da die Mission ist, die gefehlt. Pass auf, stimmt ja. Das ist mir gerade der Typ, der im Ausrufezeichen ist, da wo du stehst. Hier ist die Station. Ja, hab ich schon. Hier haben wir schon. Hier ist das Missionsbrenn. Ja, ja, ich, ich komme ja schon an. Also wir haben alle angenommen. Barker? Was ich zumindest angenommen. Barker? Die S&S-Philosophie lautet, Technik Plus genügend Munition ist gleich Schiek. Ich bin Сергiel bei der des Technik Plus genügend Munition ist. Hmm. Wenn sie spannen müssen, ist TDR die richtige Wahl. Oh scheiße, gar nicht. Äh, ich bin dafür, wir gehen erst zu Fall, erst an New Haven und machen da die Quest. Also ich bin gerade auf dem Weg zu einer Quest. Dann teleportier ich dich jetzt weg. Warum? Weil wir, wir können doch die ersten in New Haven machen und dann können wir die alle da abgeben. Warum? Weil du uns von einem Ort weggeteleportiert hast, wo Missionen sind, die wir machen können, nur um Missionen abzugeben und weitere Missionen anzunehmen, die wir trotzdem noch abbrachten. Naja. Hütchen. Du wolltest EPR. Eigentlich will ich dir jetzt gerade nur in den Hinterkopf schießen. Warum? Hallo. Ja. Dr. Tennis war immer schon gerne für sich. Darum fällt es mir schwer, ihr zertrauen. Ich gucke mal die anderen Quest ab. Ich gucke mal die anderen Quest ab. Das gefällt mir nicht! Es macht mich nervös! Tief durchatmen! Dann bis später! Scheiße! Sieh dir das an! Das war auch eine sehr gute Idee! So was habe ich noch nie gesehen! Ist das gut bei dir? Duft! Ich merke das schon! Ich bin kein Geist! Das nenn ich Beute! Alter, nie! Hä? Ja, mir fehlt ne Waffe. Was denn? Eine mit ner geraden... Kann ich hier nicht sagen. Äh, G ist das. Ich hab schon bekommen. Ich hab schon bekommen. Äh, ja. Oh. Sieh dir das an. Ist kein Oldhaven hier? Scheint nicht. Äh, wo soll ich denn hin? Da vorne. Ja, vorne müssen wir hin. Ich bin dafür, wir machen jetzt erstmal alle Quests und dann die Hauptquests und geben die alle ab. Schrecklich, ey. Ich bin dafür ein Verprügelneser und verbrenne sich am Steil, äh, Steil, genau. Am Schneiderhaufen? Wie hieß denn das, kackt die nochmal? Scheiterhaufen. Nein, es gab noch einen anderen Begriff, den ich suche. Kürzer. Scheiterhaufen. Kürzer. Du weißt schon, was kürzer ist, oder? Das, was dein Lover hat. Rätst du jetzt von dir? Ich bin nicht dein Lover. Gott sei Dank. Wir haben, du Auto. Warte. Wo müssen wir hin? Rust, kann man... Äh, Oldhaven, ja. Oldhaven haben wir keinen. Ich glaube, Oldhaven machen wir als letztes. Äh. Was soll ich da jetzt? Muss ich da jetzt? Muss ich da? Und wir müssen draußen verlangen. Nee, der braucht einen Chauffeur. Und ich bin wohl deiner. Wo kommst du denn da drauf? Obwohl ich eher glaube, dass du uns irgendwann ins Grab bringst, aber hey. Wo kommst du denn da drauf? Wo kommst du denn da drauf? Ich hab keine Ahnung, nur so ein Gefühl. Ah. Dann hast du ein schlechtes... Dann hast du ein schlechtes Gefühl. Fahr von links nach rechts. Von rechts nach links. Ich glaub ja, du sollst heimlich, wenn du gefährst. Ja, eigentlich bin ich gestandene Alkoholikerin. Ach, schön, dass du es endlich zuhörst. Danke. Immer wieder gerne. Dann gucken wir, wo die alle sind. Ah, vorne ist die Ärzeste. Ah, die Ärzeste. Ja, die Ärzeste. Ja, hab ich wieder erschrocken. Du hast ne Katze überfahren. Ich glaub nicht, dass das ne Katze war. Das ist mir auch wie einer. Also bei mir ist keiner. Was ist bei dir keiner? Bei mir ist keiner. Keine Katze neben mir aus. Oh mein Gott. Oh. 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 Ich glaube, wir haben schon gesungen Parallel. Oh. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich renne einfach durch und aktiviere die Scheiße. Kein Bock, sich da großartig gut zu befassen. Das ist an Wolkenholmann. Wir brauchen ja nur die Station zu aktivieren. Ich habe ihn nicht nicht erwartet, aber ich habe ihn nicht erwartet. Das war er für mich. Ich aber immer ein Zimmer nach Hause fällt. Der Werner will, man ist es sehr gut! Im Moment nochmals zu schicken. Das ist schonmal. Ja, ich bin jetzt nicht immer noch ein Herz. Ich werde lieber fahren, wenn er kommt, der böse Dicke. Du hättest niemals hierher kommen können! Nicht mal das kannst du! Boah, ich bin voll an dir vorbeigefahren! What the fuck? Ich bin voll an dir vorbeigefahren! Heilige Scheiße! Habst du deine Brille auf? Ja, hab ich! Oh Gott! Oh mein Gott, ey! Ich bin voll an dir vorbeigeschreinert! Wie für... Wer wehtfährt? Entschuldigung! Bist du besoffen? Ich such grad den Weg! So! Ups! Der Schiff hat den Weg! Da ist aber nix! Du solltest hier eine neue Brille besorgen, glaube ich! Ich glaub das auch! Mein Messergebnissen zufolge finden wir an der Trashcost ein weiteres Schlüsselfragment! Leider sind dir die Bewohner von Janestown im Weg und die stinken vor Alkohol und Boniertheit! Sie halten von Wissenschaft... Nein, du musst hier! Nochmal! Nämlich gar nichts! Komm rein jetzt da! Wir verlieren den Automaten, Bitch! Wofür? Um eine Motion aufzufüllen, die ich eben verpattet hab bei den Dicken! Kannst du ja zum Auto... Sag bloß! Hä? Ich hab' ich ja nie drauf gekommen! Sag bloß! Halt das Maul, oder wie du heißt! Ich bin teilweise froh, dass du keinen Führerschein hast! Kann ich da drüber? Mein Gott, ich schade auch! Was willst du denn jetzt von mir? Ich muss mal meine Waffen umtauschen, die sind sehr schrecklich! Bloodwing, Töte! Was ist klar? Das ist das zu tun! Was ist dein Ender? Was ist zu tun? Oh... Wkleber! Ich habe das eine neue Waffen-Modelle. Diese Dinge! Ich habe das. Okay, du machst die. Ich fahr mal zu dem anderen Okay, ich muss dich doch wieder einsammeln Äh, excuse me? Wir haben 2022! Wir sehen uns in der nächsten Woche, tschüss!